Spiegelt so, man muss den Namen, wie man heißt, hochhalten, okay? Wir versuchen das einmal. 3, 2, 1, 1. Wie man selber heißt? Ja. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Hier gibt es Wer würde eher... Äh, hallo. Hey, wie? Hallo Changels. Freunde, das wird mir komplett durch... Hä? Ich habe drei Red Bull getrunken, deswegen wird es witzig. Jodie ist hinter der Kamera, wer würde eher Fragen stellen, wenn ihr mehr wollt, wie wir uns aussehen, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns zu dritt auf dieser Couch aussehen, müsst ihr einen Daumen nach oben dalassen. Die Ziele sehen sich. Okay. Was ist denn jetzt los? Wer würde am ehesten Kannibalismus ausprobieren? Du zählst doch runter, Jodie. Du musst runterzählen. Achso, 3, 2, fertig. Hä? Was? Hä? Ich? Natürlich, Mo. Du hast es selber dich aufgenommen. Ja, ich habe es doch gesagt. Ich habe gesagt, ich. Weil Menschen sind lecker. Das stimmt eigentlich. Obwohl er, er hat mich schon in die Schulter gebissen. Hier ist das Beweisvideo. Au! Du kleiner... Okay, nächste Frage. Ich habe gewonnen. Man kann das Spiel nicht gewinnen, du Haffe. Wer würde am ehesten versehentlich jemandes Brust anfassen? Also von einer Frau. Ja. Wer sehentlich... Drei, zwei, eins. Ich nehme alle. Was? Ja, hab nicht. Hat Han. Jengis, nicht ich. Ja, ich nehme alle. Waren versehentlich. Er hat die Brust angefasst, Freunde. Nö, das mache ich nicht. Achso, du hast mein Handy. Scheiße. Achso, ich habe mich auf Stichwort ein. Hallo, Polizei. Ich würde auch nicht sagen, eigentlich. Hallo, ich telefoniere von der Polizei. Sag doch, was du meinst. Okay. Du hast ausgezeigt. Nicht angezeigt, sondern ausgezeigt. Was ist passiert hier? Ist das so unangenehm? Arschbombe ins Wasser. Nächste Frage, ist egal. Wer würde am ehesten daran scheitern, einen Tag ohne Internet zu nehmen? Drei, zwei, eins, zwei. Ja, save ich. Also entweder Böck wie Jengis oder ich, weil, keine Ahnung, ich kommuniziere super gerne mit Freunden und Zockgefühl und Jengis halt auch. Und ich habe mal, ich war ein Dorfjunge, ich hatte... Du hast auch keine Leute, die mir auf WhatsApp antworten, ganz einfach. Das stimmt wirklich. Hä, doch. Doch, dich? Ja, ich schicke ihm ein ***. Und ich schicke ihm schon ***. Ich habe nie jemanden ein *** geschickt. Wer würde am ehesten in einem Aufzug stecken bleiben? Oh. Drei, zwei, eins. Du zählst immer so. Halt doch mal hoch. Ich erst mal, ich zählte, nein. Ich zählte mal auf dem Aufzug. Ich denk schon vier, fünf Mal, sechs Mal. Pass auf, warte. Kurte Story. Mo, wir haben ja einen Aufzug, der direkt in der Wohnung ist. Mo macht da immer scheiße, bleibt immer mit seinem Kopf in der Tür hängen oder sowas. Dieser dumme Idiot kriegt das... Der kriegt sich für sein Schiff mit dir rumgehalten. Der kriegt das jedes Mal hinterher irgendeine Scheiße zu bauen. Du bist wirklich der Typ, wo ich glaube, dass du echt in einem Aufzug versterben wirst. Versterben? Ja. Aua. Mein Nerv im Rücken. Soll ich dich massieren? Ja. Du bist schon letztens vertreten geblieben? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich bin dann so ein Mitarbeiter in der Fahrschule gegangen. Und dann bin ich da drin. Aber den Fahrschule hab ich dann nie wieder aufbekommen. Und ich steck da bis heute noch drin. Okay, nächste Frage. Was ist das für ein Video? Das ist so ein witziges Video. Dann misst ihr doch den Daumen hoch. Da lass'n. Junge, Alter. Boah, es regnet. Gib mir ne Schutzweste. Was passiert hier? Hilfe. Okay, geht weiter. Wer würde am ehesten eine gespaltene Persönlichkeit haben? Hä? Wer würde? Wer hat? Wer hat? Wir sagen mal, wer hat. Drei, zwei, drei, zwei. Juck. Nein. Noch nie mehr. Findest du noch mehr? Natürlich. Gleich geht's nach Hause essen. Wow. 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 Junge, den hohen Kopf und dann die sechs Persönlichkeiten. Sieben. Sieben. Nie mehr. 21 oder so. Wie heißt das auf jeden Fall mit diesen Typen? Split. Split. Hab ich gestern erst gesplittet. Okay. Nächste Frage. Wer jetzt als Meistes gevotet wird quasi, also wer es am ehesten machen würde nach eurer Aussage, der muss beweisen, dass er wirklich würdig ist, diese Aufgabe. Okay. Wer würde am ehesten in einem Chor singen? Überlegt es euch gut, wen ihr wählt, wen die anderen vielleicht wählen würden, weil wenn es unentschieden ist, da muss keiner singen. Okay. Drei. Zwei. Eins. Oh mein Gott. Ja. Ne. Oh ne. Oh ne. Er ist Schengis genommen. Soll ich dir sagen, warum Jengis? Weil Jengis wirklich Gesangsunterricht wieder macht. Ne. Coole Stimme hat einfach. Stimmt. Pfff. Ist total gut. Pfff. Pfff. Oh. Pfff. Warte, diese App ist echt geschissen. Ja, Typ. Kuck mal darauf. He, jetzt auch zwirbs die Lachen macht. Pfff. Pfff. Was ist passiert hier? Der heult, da kommt der Trino runtergeflogen. Ich fass sie an. Ach, guck mal, wie nass der ist. Ich kann ihn nicht einziehen, das geht nicht. Was? Ich kann ihn nicht einziehen, ich sehe den Nebentag. Das macht mich schrecklich. Oh, Mann. Wer würde am ehesten auf jemand anderen fehlen können? Drei, zwei, eins. Ja, safe. Wir haben gesagt, wenn dreimal, das war ein Überfall. Wir haben gesagt, wenn dreimal derselbe Name ist, dann muss die Person sich den Finger in die Nase stecken, bis auf dem Auge. Haben wir nicht gesagt. Haben wir auch nicht. Aber ich kann das beweisen, ich zeig dir später Jodie, weil wir machen das eh jeden Abend. Okay, das war zu viel. Ne, das war voll in Ordnung. Ne, war zu viel. Weil ich hab einen Gallenstein und die pisse ich dann immer raus. Diese kleinen Spritzen, diese kleinen Finger. Das funktioniert dann so wie eine Skatbange. Genau. Die meine Fortnite. Ist das eine Fortnite-Waffe? Ja. Ja. Wer wird am ehesten das Poster eines Prominenten küssen? Hab ich schon mal. Noll. Drei. Drei. Eins. Herzrecht, der wir gestört haben. Mein ganzes Zimmer ist voller Poster von Prominenten. Wer denn so? Von mir auch. Von hier? Meine Bettwäsche. Ich hab wirklich schon mal ein Poster geküsst. Von dem Prominenten. Von dem? Das kann ich echt nicht sagen. Sag jetzt. Ne, das kann ich nicht sagen. Sag doch. Ich sag das nicht. Dann sag es und schneid es raus. Matthias Schweighöfer. Schneid es rein. Matthias Schweighöfer hat Mo geküsst. Am ehesten. Ein Weltrekordbrechen. Matthias Schweighöfer hat Mo geküsst. Matthias Schweighöfer hat Mo geküsst. Was war das? Einen Weltrekordbrechen. Einen Weltrekordbrechen. Und dann musst du auch sagen welchen. Drei. Zwei. Eins. Save Mo, weil er wird die meisten Matthias Schweighöfer wieder küsst. Save ich, weil ich das so oft plage. Bis er es reinschneidet. Was sagen? Du musst jetzt reinschneiden. Du hast es reinschneiden. Dass er Matthias Schweighöfer geküsst hat. Krass. Also wisst ihr was mein Weltrekord wär? Ja. Was mein Weltrekord wär? Das längste. Das längste. Pff. 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 Oh, das war ein Weltrekord, ich spürs. Du musst ja auch wieder sagen, welche und an wen. Wer würde am ehesten eine peinliche SMS an die falsche Person schicken? Oh, das ist schwer. Oh Gott. 3, 2, 1. Hä, wieso jetzt ich? Was wäre denn eine peinliche SMS, die ich schreiben würde? Dass du schon nicht schreibst. Also du willst schon nicht schreiben. Schatz, heute Abend wieder mit Sonnencreme in der Badewanne. Also ihr macht immer eure Badewanne mit Sonnencreme voll. Und dann badet ihr da drin und wühlt euch so. Und du schickst das außersehen an. Du schickst das außersehen an. Meine Mama. Kurz, das war unangenehm. Oh mein Gott. Das war so unangenehm. Wer würde am ehesten, das Wer würde ich am ehesten spielen, noch einmal spielen? Also derjenige muss sich 10, 2, 1. Ja, Mo, war ja ganz ehrlich Moos Leben eher so. Ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel erfüllt meine Wünsche, meine Fantasie, mein Leben. Mein Deutschland gewinnt die WM 2080. Nein, aber im Kreis, 16 Mal im Kreis drehen. Und wieder rasch. Nein, ** ** ** ** ** **